Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 13 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für das Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, UFT. Im Zuge der Grundsteinlegung erhielt der damalige Bürgermeister der Stadt Tulln, Willi Stift, eine eigene Ortstafel, Universitätsstadt Tulln an der Donau. Ziel sei es, dass das neue Universitäts- und Forschungszentrum Tulln zu einem attraktiven Standort für Spitzenforschung im Herzen Europas werde, so der damalige Wissenschaftsminister Johannes Hahn. Das Forschungszentrum liegt am südöstlichen Stadtrand von Tulln und wurde im Juni 2011 fertiggestellt. Mit der Inbetriebnahme des Forschungszentrums wurde der seit mehr als 25 Jahren bestehende BOKU, Universität für Bodenkultur, Standort Tulln, um rund 15.000 Quadratmeter zu einem international führenden Zentrum der inter- und transdisziplinären Forschung erweitert. Die Kosten beliefen sich auf 64 Millionen Euro. Davon wurden 4 Millionen Euro in die Ökologie- und Energieeffizienz des Hauses investiert. Die Photovoltaikanlage umfasst 900 Quadratmeter und galt 2011 als eine der größten in Österreich. Die Forschungsgruppen beschäftigen sich vor allem mit Pflanzenanbau und Züchtung, nachwachsenden Rohstoffen und Holz, Bioressourcen, Lebensmittel- und Wassersicherheit, Wasserreinigung und Bodensanierung. Diese Forschungseinrichtung liegt im Süden der Stadt Tulln und befasst sich mit Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen. Das Forschungszentrum wird von der Universität für Bodenkultur, BOKU, dem Austrian Institute of Technology, AIT, sowie vom Kompetenzzentrum Holz, Wodka Plus, genutzt. Bezeichnend für das UFT sind moderne Forschungslabore, ein hochwertiges Forschungsglashaus und landwirtschaftliche Versuchsflächen. Bis 2019 fand viermal die Chemie-Experimentalshow unter der Leitung des Instituts für nachwachsende Rohstoffe der Universität für Bodenkultur am Standort Tulln statt. Ein Showteam erklärte wissenschaftliche Hintergründe von Prozessen unserer Ökosphäre. Interessierte konnten kostenfrei chemische Zaubertricks bestaunen, Phänomenen wie der Geheimtinte auf die Spur kommen oder erfahren, warum Glühwimmchen in der Dunkelheit leuchten. Die Nähe zur Fachhochschule Tulln, zum Interuniversitären Departement für Agrar- und Biotechnologie Tulln, IFA, und zu den Einrichtungen des Technologie- und Forschungszentrums TFZ Tulln, gewährleistet Synergien und interdisziplinären Austausch über das UFT hinaus. Das UFT ist ein Forschungs- und Technologie-Campus sowie Teil des Campus Tulln-Technopol und bildet gemeinsam mit dem IFA den BOKU Campus Tulln. Das UFT Tulln sei der wichtigste Schritt in der Entwicklung der Stadt Tulln seit Gründung des Krankenhauses, so Bürgermeister Peter Eisenschenk am 29. September 2011. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.